Schöner Frühlingsmorgen. Ich bin mit meinem Rekorder, das war wirklich so ein halber Videorekorder, VHS-Rekorder und daran angeschlossen dann auch eine große VHS-Kamera an den Weideteich gefahren. Da waren jede Menge hochmotivierte Angler und die habe ich dann mal gefilmt. Was hat sie hier angelt? Wie viel? Wie viel? Du Peter? Zwei. Zwei. Jawoll! 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 Hast du einen Haar gelöser? Hast du einen Haar gelöser? Hast du einen Haar gelöser? Da? So! Oh ja! Die Beißen ist gut! Ich werde dich gleich raus. Ich bin der Freis. Ich bin der Freis. Ich bin der Freis. Hast du einen Haar gelöser? Ja. Und wie sind die Chancen, dass du gewinnst? Null. Null? Wieso null? Naja, du hängst uns beißen wie früher. Wenn du mit Andi zusammenlegst, kaufen doch die Fische ab. Der hat fünf. Charlie will da noch kommen, aber da wird wohl nichts draußen. Wer war's? Wird noch ein Bett gleiche. Der wird auf jeden Fall rauskommen. Der hat gestern gehört. Mal gestern drüber auch, wie gut der ist. Mal noch schön schlägt. Ja. Wer weiß, wo der war. Er hat 9, 6 bis 5. Das wollte ich nicht mehr. Hast du jetzt schon acht Fische gehabt? Ja. Wer hat denn die meisten jetzt da gefangen? Ja. Keine Ahnung. Wer hat denn die meisten? Der kann ja auch so da sein. Ja. Allgemeine Schlechtfritzen. Ach, das kann ich wohl von dir nachnehmen. Das kann ich wohl von dir nachnehmen. Ja. 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 Genau. Ja. Hallo. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Herr Hasensaal, Herr Hasensaal, wo haben Sie Ihre Harpone? Ich muss das in die Zunge gucken, da ist mir ein Fotogen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Seid alle gesund und tschüss.